geht's nicht durch oder doch also wieder unter dem bett verstecken alles klar auch verstecken ich will mich nicht verstecken zurzeit kein verlangen nach ich mach mal ein bisschen licht streichhölzer oder ein bisschen gehirn suppe die werden wir jetzt erstmal entschärfen am besten ich schleiche mich da wieder ran ach so halten da ist auch noch was streichhölzer so hier runter können wir auch oder schon eine blutspur oder ist nackst spritzen sehr schön gehirnsuppe jetzt haben wir da eine flasche brauchen wir nicht ich bleib bei der axt oh alter was das für ein geräusch der hat keinen kopf mehr dürfte eigentlich nicht rumlaufen kann ich mir das verbrennen also sparen alter die fliegen ne ist so eklig nein verdammte kacke ich hasse diese dinger da muss ich meine ganzen spritzen opfern ey ach ich hab nur die eine gehabt mist boah ich hasse diese teile ne kommst du dann im ecke und dann hast du dann dinge und kannst gar nicht mehr abhauen die sind so scheiße alter was war das denn da hängt auch nur welche rum ich weiß nicht ob die nachher noch rumlaufen wie der da oh scheiße geht denn hier ab lass mich zurück lass mich zurück scheiße guck ob ich jetzt den professor wiederfinde da gut nehme ich mal direkt das streichholz noch an mich hier bin ich richtig was 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 wo ist hier einer stimmt irgendwo da unten sehen sie selber diese dinger haben mich den ganzen weg ins dorf verfolgt mich auch die sind hier überall leslie ging durch dieses tor oh god es sind zu viele um sich durchzuschießen einer von uns könnte sie weglocken während der andere das tor öffnet sie sind der mit der waffe wenn sie meinen ja und was heißt das ach das sind die fallen oder was da ist eine kurve auf der terrasse sie müssen sie betätigen damit ich durch kann da habe ich doch schon hier geht es lang der alte geht dabei noch drauf sie sind der mit der waffe sie sind der mit der Ich wusste es doch, dass ich was gehört habe. Aber der ist blind, ne? Der dürfte mich eigentlich nicht... nicht sehen. Aber der... Probieren wir mal ein Glück. Schlag doch! Oh, scheiße. Ich glaube, das war... Also da sind schon mal zwei hinter. Los, geh in Deckung. Danke. Scheiße. Ich seh nix. Jetzt schon. Du steck mich mal eben. Alter, das war knapp. Geh. Ich bin all die Museum. Ich bin auch. Jetzt geh ich wieder drauf. Scheiße, verdammte Kacke, wieso hat er denn die Axt nicht genommen? Kann man so blöd nehmen? Was ist denn für ein Noob? Kein Gehirnsuppe mehr da, die war vorher noch da. Also wir wissen auf jeden Fall, die Tussi kommt da gleich lang. So, da ist sie. Dreht sich zur Tür. Oh. Nein, sie dreht sich nicht zur Tür. Sehr gut. Alter. Zwei auf einen Schlag. Alter. Scheiße. Ich weiß nicht, ob da einer ist, ey. Wo ist die Axt? Wo ist die verkackte Axt, die ich gerade noch hatte? Na, die Taste öffnen? Achso. Boah, wo ist die... Ich hab doch gerade noch eine Axt gehabt, oder? Hab ich... Bin ich blöd? Alter, was hast du mit der Axt gemacht? Hier sind der mit der Waffe. Aber wenn ich sowas schon höre, ne? Wo ist der Penner? Hier haben alle keinen Kopf, die... Was ist der denn hier? Das ist der mit der rostigen Rasselkette. Ich wende mal ganz kurz. Eine Kugel mehr ist immer noch besser als eine zu wenig. Alter. Scheiße. So ist gut. Bleib so. Bleib so. Bleib so. Danke. Die brauchst du nicht verbrennen. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz die Flasche an mich nehmen. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz die Flasche an mich nehmen. Ach du Scheiße, der ist der Tor wieder, ey. Aber wenn ich wüsste, wo der Typ ist, der hier diese Geräusche von sich gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, sehr gut Das brauche ich Irgendwo muss hier einer sein Aber ich sehe keinen Oh, da habe ich jetzt aber mich im Schlaf beschissen, ey Ich habe die nicht gesehen Ja, sehr witzig Eine Granate Ich gehe mal nach oben Das geht noch höher Ich gehe mal nach oben Ich gehe mal nach oben Ich gehe mal nach oben Ich gehe mal nach oben